Willkommen bei X-Faktor. Willkommen in der Welt des Unwahrscheinlichen. An dem Ort, wo die Grenze zur Fiktion und Realität verschwimmt. Sehen Sie sich zum Beispiel dieses Schild an. Normalerweise erkennen wir darauf ein Wort. Engel. Aber wenn wir genau hinschauen, steht da gar nicht Engel. Dann ist da was anderes. Dann sehen wir auf einmal das Wort Koksnutte.